Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Play Kingdom Hearts Wir sind einfach den falschen Weg gegangen, es gibt insgesamt drei Wege Und ja, ein Weg ist hier richtig, ich musste gerade ein bisschen rumzoomen, weil Ich hing dann da und hab geguckt, wo es weiter ging, aber Ähm, nochmal hoch Da geht's doch durch, oder nicht? Naja, da geht's wohl durch Dann machen wir das mal Und jetzt gucken wir mal, was uns so erwartet Der Nordberg Gut, dann gehen wir mal zum Nordberg und gucken mal, wie lange der geht Ah, da kommen schon die ersten Gegner Aber eigentlich keine Karten-Gegner Aber die da oben, doch die hier, die können nämlich Elektrostat, ja gut, die hier Nicht die Federmäuse Aber ja Ah, die haben überlebt, ehrlich gesagt Aber geil, dass ich den gegen die nutzen kann Oh, dann Oh, dann Gut, dann Das ist uns lieber Das ist uns lieber Oh yeah Obwohl, wenn es da durchgeht Ah, wir können sofort wieder runter Da ist noch eine Kiste Nein Ja gut, dann machen wir nochmal Ne, ne, ne Gut und Ah, gut Dann Fuck Selbst das haben wir nicht geschafft Ja gut Gut, hoch Dann Ja Ja hier war der Ja hier Irgendwie will der Controller gerade nicht Auch Ende des letzten Parts Das stört mich gerade irgendwie Vor allem, wenn ich gleich noch Spyro aufnehme Er geht zurück Ja, ich will nie runter Ja hier ist mir nicht so Doch Ja, ja Gut, dann rennen wir hier einfach mal entlang Ui Gut, dann geht's hier auch hoch Ist nice Mal gucken, wie lang das Oh na Oh nee Ja gut So, mehr von den Elektrospastis wechseln Ist alles gut Keine Nomadäne einsetzen Dann geht das Ganze schneller Gut, das ging schneller Ich hab gedacht Na, da geht's auch schon wieder weiter Schlimmer wäre jetzt die ganzen Wenn man irgendwie alles nochmal runterfallen könnte Heißt Wir fliegen Oh, Animation Wir fliegen dann einfach runter Fuck Jetzt hab ich noch gar nicht guckt Seit wann ich aufnehme Ah, schwierig Schwierig, schwierig, schwierig Ich sag einfach schon seit 10 Minuten Ja Snow glows white on the mountain I have footprint to receive A kingdom of isolation And it looks like I'm cool The wind is howling like this swirling storm inside Ich mag das Lied früher nicht Ich hätte es gerne in Deutsch gehört Olaf wird erschaffen Ich werde es gerne in Deutsch Turn away and slam the door I don't care What they're going to say Let the storm rage on The cold never bothered me anyway This way It's funny how some distance Makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits and break through No right, no wrong, no rules for me Das ist nice gemacht im Spiel Let the storm rage on Let the storm rage on We saw this spiraling in frozen fractals all around And one thought crystallizes like an icy blast I'm never going back The past is in the past Let it go, let it go When I'll rise right through the break of dawn Let it go, let it go That perfect girl that's gone Here I stand In the light of day Let the storm rage on The cold never bothered me anyway Wow I don't know what we just saw But wow That was Elsa She's not different And a lot happier too Let's say hi Please don't tell me that you're spying on her now Oh, Larxene Don't turn this around on us You're following her Ooh, look at you get all sassy Okay, I'll admit Elsa is a person of interest to us Maybe she's one of the seven pure lights we need The new seven hearts Gotta make sure though Fortunately, we're in the best position to tell Can't pick out that special glimmer Unless you're standing in the shadows And maybe Elsa doesn't have it I mean, just look how icy her palace is Made of magic she forced herself to keep hidden until now What if it's dark magic Elsa would never rely on the darkness Actually, it's still too early to call Depends on how she sees it If she believes her magic is darkness That's what it will become Accepting her power, whatever it is Is the only way she can set her heart free So what will Elsa accept? Light or darkness? I know I wanna know Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness It's her choice to make, not yours You know, I'm starting to understand Why she gave you the cold shoulder Arxene! You wanna help her? Then stop trying to be her hero Let her figure things out her own way What do you Niko get Alright let her go What? The Oh, Donald, Goofy, bist du okay? Ich bin okay. Alles gut. Ich denke, dass wir wahrscheinlich auf Elsa gehen müssen. Und sicher, dass Larkcene falsch war über ihre Magik. Ja. Aber nicht erzähl sie was Larkcene gesagt hat. Huh? Warum nicht? Also, um die Ordnung zu halten. Ja, Ordnung. Oh, okay. Oh, wait, fellas. Do you hear that? Huh? Eine Lawine. Die armen Bäume, die werden sterben. Oh, das war was kann, Goofy. Oh, hinter uns ist ein Monster. Shit, ich wollte den Part beenden. Nein, ich kann gar nichts machen. Nein, ich kann gar nichts machen. Shit. Und wie lang geht das jetzt bitte? Fuck. Wow. 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 Meaning, das sieht ihr ehcito mehr. Wow. Scheiß, jetzt fliegen alle drei noch. ıyorl das 소� HIMET Yep. Wow. Wow, отдель. Bye. Der Controller ist so hart. Oh Gott. Nein. Ui. Es war wohl knapp. Aber wir haben es wohl bestanden. Ui. Geht's weiter? Ui. Naja, anscheinend nicht, was gut so ist. Ich hätte jetzt keine Lust auf den Boss, muss ich zugeben, davon. Fallen jetzt, wenn man sich denkt, ja, wir hatten ein neues Konzert, so. Wir wenden den Part. Nein, wendet ihr nicht. Geht's eigentlich lang? Ah, da. Perfekt. Ja, kann man ja mal verlieren. Ui. Aber hier gerade ein bisschen durchzuraschen, das ist schon nice, muss ich sagen. Ah ja, wir können ja auch springen. Ja gut, das springt halt fühlt sich aber scheiße an. Lieber rutschen wir hier ein bisschen. Das ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Hier durch. Jetzt kommt wieder aufpassen, Sora. Also, er wäre auch ein nicer Charakter für Smash gewesen. Aber ich denke mir, der letzte wird Crash oder irgendein random. Aber ja, das war ja echt knapp gegen die Eisdreutenden. Drachin. Ach komm, du Schack. Bäm. Fack. Ja. Ehre. Da komm ich gar nicht raus. Warte, so viel haben die gar nicht. Da kommt mir noch scheiß Wohnmuster. Insgesamt dreimal treffen. Den Klaus. Ja, unfair. Boah, Junge. Akzeptiere es doch einfach. Ab und. Als ob das geht. Nein. Ah, danke schön. Oh, nur noch der. Gut. Dann, wo ist denn der Mongo? Mal, schon mal. Ah. Ja. 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 BAM! Gut, dann kann ich ja jetzt sofort den Part, denke ich mal, beenden. Ich hoffe, das ist irgendwas zum Speichern. Anders Doppelsprung auch noch. Das ist geil. Oh nein. Ah gut, die verpissen sich, denke ich mal. Okay, keine Zeit der Verfolgung, sehr gut so. Wow, look at all the pretty colors. There's blue and green. Oh, I love green. And look, black. Just like my buttons. Olaf. Was that? A snowman? Uh, did you see that snowman? Snowman? Yeah. And here's the funny thing. He was walking and talking. Huh? Huh? Everybody knows snowman, Dad Rock. You must have imagined that. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. But if we don't get going, we'll never reach Elsa's palace. Huh? Oh, right. I almost forgot. Come on. Ah, geil, dass ich hier speichern kann. Sehr gut. Aber diesmal ist es eher ja, sie retten, als mit ihr rumlatschen. Und irgendwas anders zu machen. Und halt andere zu retten, so. Wir sind ja mit Tali und so auch rumgerannt. Hier sind wir zum Beispiel wieder alleine. Ich finde das eigentlich nice. Und dann würde ich sagen, ja, war's das mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.